Hallo und herzlich willkommen zu Devil May Cry machen wir doch so gleich weiter mit Nero letzte mission muss mit v spielen aber zum glück ging das ziemlich schnell vorbei rein raus fertig im ernst länger die mission auch nicht gerne gespielt damn it running a little low that gonna last much longer without a refill hey honey need assistance what the hell's your problem you trying to kill me if you want a bitch blame it on lady she's behind the wheel okay with the suspense what do you need was richtig fette ist und richtig dicke wum brauche ich so raketenwerfer mit minigun kombiniert sowas in derart brauche ich oder eine minigun mit fat man und vielleicht noch irgend ich weiß ja auch nicht ein minigun und fat man ist schon ziemlich op das ding oh mit gettling der ist ausgestattet also minigun gettling und fat man ausgerüstet so eine dreier kombination das brauche ich aber gut naja arm um schelle zu verteilen von mir aus nein das war ja das das brauche ich nicht nein nein eigentlich habe ich alles was ich brauche in der tat ich habe alles ich naja ich habe alles alles schick so da wollen wir mal die ganzen roten kugeln die hebe ich mir für dante auf weil dante das ist das ist der ey das ist ein hochgenuss dante zu spielen das fühlt sich wirklich schön an das ist man es müsste mehr mission mit dante geben aber gut wenn ein spieler der blutige palast dazukommt wir werden und sowas von durch die blutigen palast schnitzeln darauf habe ich bock richtig schön eine etage nach der anderen und da war mal nein ich wollte nicht ich wollte eigentlich auch das ding drauf springen warum nein nico ich habe keinen bock auf dich aber wenigstens raucht sie nicht mehr das ist schon mal sehr gut rauchende frauen finde ich sehr sehr unattraktiv als ob ja wahrscheinlich ich frage alle fragen welchen weg soll ich nehmen da unten geht es weiter oder wie nee da will ich nicht dann nehme ich diesen weg zu einfach als ob da 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 jetzt habe ich euch jungen verloren als ob immer aus dem weg kumpel da da oh ach komm dass mich ruhe wisst ihr was deswegen stacheln darauf habe ich irgendwie kein bock kann ich nicht noch mal irgendwie mich umentscheiden welchen teil vor acht mensch muss ich jetzt wirklich lang gehen weil sie mal verkacken sollte ich die müssen noch mal neu starten aber ich habe eine idee war mal ein joker habe ich noch wunder die möglichkeit machen es klappt wirklich wie man es noch mal aus dem menschen vielleicht alter was war das denn wo hier ist noch mal aus moment zwischen dem ausprobieren scheiße alter ist das geil komm schon komm schon ouch jetzt muss ich da entspringen aber trick ist cool nein da gehe ich jetzt nicht noch ein das ist geil das sind quasi dieser move nur halt dass das ding sie ja richtig geil weiter ich meine geht mir hier komm schon du mich auch ja 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 sie muss das gemacht werden die gesehen von mir kann man auch was lernen gibt sie noch irgendetwas sammelbares nein sieht nicht so aus ich habe ein buch dabei wo das ist ein buch das ist doch ein buch oder ja momentan hätte ich nichts was sich zum anpassen lohnt von dem her nein danke da geht es also weiter danke auch ja Oh, Moment. Hey, jetzt hab ich Punch-Gun. Das war's. Das war's. Hoppla. Gut. Na bitte, ich bin rübergekommen. Nein, das war's nicht. Das war's. Das war's. Das war's. So ist das gemeint. Das ist der Scheiß und wie soll mir das weiterhelfen? Das war's. 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 wundervorben sind die erstmals wieso man das ding weiterhelfen pannschlein ach so ist das gemeint okay okay ich hab's verstanden okay mensch präsentiert er lernt nie aus nach wie eine statue auch vielleicht kommt jetzt ein boss kämpfe sorry dante wo ist dante er hat das jetzt einfach so gesagt Ihr, der hat ja etwas, was mir gefällt. Was will ich haben? Oh Mann, was ist der Blechköpfe? Nochmal bitte. Das ist geil. Nochmal bitte. Danke, ihr Blechköpfe. Ich bin nochmal weg. Ach, noch mehr Ritter. Ich bin nochmal weg. Ja toll, jetzt bin ich hier in irgendeinem... Ach Mensch. Dann gehe ich hier lang. Als ob, jetzt bin ich doch... Oh nee. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin, oder? Ja, ich bin in Kreise gelaufen. Wieso passiert so etwas immer nur mir? Ach, als ob. Ja, komm. Einfach alles wegknallen Als ob Komm her, ja, ja, und BAM und der Nächste Na komm her, ja Ich bin mal vorbei, tschüss Uuund, tipp Na, wer ist denn der Nächste? Komm her Ich bin mal vorbei, tschüss Hoppla, das war auch nichts Ich bin mal vorbei, tschüss Ich bin mal vorbei, tschüss Heizt ab Super-Grün Hm, irgendwie sind da jetzt viel zu viele von den Dingern Na gut, vielleicht soll ich mir einen neuen Arm holen Ich bin mal vorbei, tschüss Habe ich noch ein paar Blaster oder doch, habe ich Ja, nehme ich den und Spaghetti nehme ich dazu Auf geht's Jetzt will ich es wissen Und auf geht's Heizt ab und jetzt ist er wieder Egal, ich hinterfrag auch nicht erst Egal, ich hinterfrag auch nicht erst Na komm her Da lang Aber jetzt mal ernst, was hat das immer zu bedeuten mit, äh, mit Devil May Cry und mit der DMC Crew? Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe das nach wie vor nicht Ich verstehe das nach wie vor nicht Was hat das Des- Das- Das- Bam M komm schon moment ich bin noch nicht ganz fertig mit dir hab dich nicht auf das tun pass ouch ich lege mich noch mal richtig ins zeug ich hoffe der zirkus ist bald vorbei da kommt noch im bosskampf also mit v hat man ja gesehen dass nero sich da ja mit in die action stürzt ja das sieht mir ganz nach dem bosskampf aus und bosskampf hin da ich komm ich 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 bin ich sehr kugelsicher ich ja ich Welchen sind wir denn da stark? Autsch! Das war nicht so geplant. Ah, jetzt teleportiert sich die Eilte auch noch selber. Ja, ist klar. Aber Kugeln sind sehr effektiv, das gefällt mir ja. Aber Kugeln sind sehr effektiv, das gefällt mir ja. Gibst du auf Hähnchen? Komm, gib auf. Ja, wo ist denn der Arm? V, wo hast du mir den Arm hingebracht? Tod? Egal, der Gegner hat besiegt, das ist das einzige was zählt. Du warst leicht. Du warst leicht. Wie hast du so viel Kraft? Du warst leicht. Du kannst jetzt raus. Du warst leicht. Ich denke, ich gebe dir einen. Du musst aufhören. Du musst aufhören. Dein Körper wird nicht viel länger dauern. Das kann ich nicht tun. Ich muss gehen. Verdammt, B. Du musst dich nicht mehr aufhören. Du musst dich nicht mehr aufhören. Ich muss gehen. Wo du bist. Warum? Warum du hast... Ich behebte dich. Das ist mein letzte Versuch. Okay. Ich bin der Speuer. Das ist ein Schauspieler. Wir werden hier verorscht. Das ist dein Schauspieler. Däutet wird sicher zu verteidigen. Ich hoffe doch sehr, dass wir im nächsten Pod Dante spielen werden. Na bitte. Mann ey, das war schon eine Mission gewesen. Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Pod wieder. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und würde ich sagen, macht's gut, meine Freunde. Tschüss.